Das sind die Steine, da kommt der Sandverkurs, Überquerung, Futter gibt es nachher, die kleine Brücke. Jetzt kommt Erde, Holz, Korken, Tief, Bank, Sand, hier haben wir Steine, ein bisschen beeilen, sonst wird es zu viel Speicherplatz, Korken, Kies, dann haben wir hier die Hürde, da geht die Lena normalerweise drüber, aber heute im Winterhut vielleicht. Das ist ein kleiner Kies. Lena, hopp, gut, kannst du belohnen, Koppi, das kannst du nicht. Moment, hier ist das kleiner Kies, steine, Holz, wieder Sand, Hürde, Stein, und hoppa, Koppi, 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 Super!